Ah, da gibt es was freizuschalten. Man ey, die Graphic hat akkusiert. Oh, ein Fall geschildert. Der Propheten. So, das gibt es hier nicht. Geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. Aufgekommen. So. Mehr gibt es hier nicht. Wie traurig ist das denn? Keine Tasche. Nix. Mann ey. Das ist eine große Enttäuschung. Nicht großes Täuschung. Das ist eine große Enttäuschung. Das ist eine große Enttäuschung. Okay. Der ist erklärt noch nicht immer, wo das letzte Teil ist. Naja, okay. Ich weiß wo die Klöcke ist. Das ist eine große Enttäuschung. Das ist eine große Enttäuschung. Das ist eine große Enttäuschung. Seine Tasche... Oh, komm im Bett. Wie wäre es mit schlafen gehen? In der Tasche ist ein Stück Feuerstein. Er dient dazu, ein Feuer zu entzünden. Der mongolische Soldat musste autark sein. Da habe ich alles am Atom. Achso, da. Da muss ich auch noch hin. Vor mir. Stimmt. So, und hier sollte was sein. Ah, Öl. Viel Brennstoff. So. Dieser Bange. Die Insignien der unstaatlichen Armee. Da habe ich so ein Banner schon wieder. Ey, was labert die? Viel Müll. Äh. Muss das hier sein? Ich glaube, da ist das. Aber in diesem Gebäude hier. Da ist es ja. Das sind die Spuren eines mongolischen Reiters. Sie sind viel ansehnlicher und eleganter, als ich erwartet hätte. Und sie wurden ausgiebig benutzt. Der Besitzer war wohlhabend, ritt aber dennoch mit der Armee. Ihre Stelle. Nichts als Knochen. Total abgefressen. Was soll man so sagen? Hm. Leider weiß ich nicht, wo der Fünfte. Der Dingser ist. Also hier. Zeig euch mal. Hier. Da. 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 Hier. Siehst du dich? Einer fehlt mir noch. Habe ich noch die Frage, wo? Ist sie da? Da oben habe ich geguckt. Da war einer gewesen. Da. Hm. Schade. Ich glaube, eins ist eingeschlossen. Mama war hier. Sagt, sie sich irgendwas eingeschlossen ist. Wie ist es da drin? Ich glaube, was soll ich jetzt hier in der Nähe kommen? Hm. das habe ich auch schon gelöst hier, da was meint der mit Pfeil was wir durchbauen könnten naja geil ich finde die letzten Körkertürmchen nicht da 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 Schade! Nein, schade, dass die letzten Glöcken-Täumchen nicht finden. Nein, man kann ja nicht alles haben. So, Leute. Ich würde mal sagen, ich habe hier beendichtet. Wenn ich das hier alles abgegradet habe. Neun Sprengfederung und drei Dingster. Hm, warum blinkt das? Ah, jetzt. So. So, das war hier mein Game for Friends TV. Ich bedanke mich für's Schützern und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. Bis denn, euer Vivi Gamer. Ciao. Vielen Dank.